In diesem Video ist heute PowerPoint an der Reihe und heute will ich dir jetzt den neuen Effekt zeigen, oder den relativ neuen Effekt, und zwar Morphen für Folienübergänge. Und das ist super genial, super einfach und vor allen Dingen auch super einfach in der Erstellung. Du musst nur hier und da ein paar Tricks beachten, wie du die Formen morphst, wie du vielleicht auch PowerPoint hier und da so ein bisschen in die richtige Richtung schubst, dass PowerPoint auch weiß, dass die beiden Objekte oder wie auch immer zueinander gehören und dann wird das Ganze gemorpht und Übergänge und das ist super einfach, super genial. In diesem Video zeige ich dir, wie es geht. Mein Name ist Damian Gotzkola und ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren würdest, falls dir das Ganze hier gefällt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß und zack, lass uns starten. Und ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet und zwar hier so ein paar Folien, um dir einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Und du siehst hier, ich habe jetzt hier zwei Folien, ich habe hier einmal einen Kreis und da habe ich einen quasi auch einen Kreis, nur der ist etwas platter hier auf dem Boden und eine andere Farbe, grau. Und wenn du das jetzt normalerweise hier irgendwelche Folienübergänge nehmen würdest, irgendwie wischen, teilen und so weiter, dann würden einfach zwei Objekte überblendet werden und dann wäre auf einmal der Kreis, ist einmal oben und dann wäre er sofort hier unten. Und das würde langweilig aussehen. Wenn ich das aber über Morphen mache, dann sieht das Ganze so aus. Zack. Dann wird eben aus der einen Folie, beziehungsweise aus dem einen Objekt als andere quasi gemorft oder der Übergang dazu dann entsprechend hergestellt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel aus einem Kreis ein Quadrat machen wollen würde, ja, wenn ich das wieder überblende, einfach zack, softe Überblendung irgendwie, wie dann ein Quadrat von, wenn ich das aber mit Morphen mache, dann sieht das Ganze so aus. Zack. Genial. So einfach ist das und schon sieht das Ganze hier so aus. Also recht super die ganze Geschichte. Dann habe ich jetzt hier einen Pfeil, der jetzt noch nach rechts zeigt. Und wenn ich den nach links quasi zeigen lassen will, dann mit Morphen sieht das Ganze so aus. Zack. Drehst sich alles wunderbar. Jetzt habe ich hier zwei Texte. Ich habe hier einen Text, einmal so irgendwie so ein Kauderwelsch, hier irgendwelche Buchstaben aneinandergereiht und am Ende ergibt das ja eigentlich diesen Text. Und wenn du darauf den Folienübergang-Effekt Morphen wieder anwendest, dann sieht das Ganze so aus. Zack. Fertig ist der Text entstanden. Das Ganze geht mit einzelnen Buchstaben. Das geht aber auch mit Wörtern. Du siehst, das ist hier, hier ist ein neuer Effekt. Der neue Effekt ist hier hervorgehoben. Hier ist PowerPoint hervorgehoben, also die Betonung auf einen anderen Text. Mit Morphen sieht das so aus. Zack. Und zu guter Letzt habe ich hier einmal Effekt und so weiter. Das heißt, da sind irgendwie die Wörter durcheinander geraten. Es sollte eigentlich so heißen. Und wenn du das mit Morphen machst, dann sieht das Ganze so aus. Zack. Sehr schöner Effekt. Sehr schön genial. Damit kann man hier und da schon mal punkten. Und damit fällt man auf, weil es eben nicht typisch PowerPoint ist und weil es nicht so aussieht. So, jetzt aber die Frage, wie macht man das? Wie funktioniert das Ganze genau? Dafür habe ich eine neue PowerPoint hier vorbereitet. Und wollen wir einfach das Ganze mal hier, neues Folie, so wollen wir das Ganze mal leer machen. Und jetzt fangen wir mit dem ersten Beispiel an. Und zwar hier einmal ein Kreis hinzufügen. Das heißt, ich gehe auf Einfügen. Ich gehe auf Form und dann nehme ich mir einen Kreis. Mit gedrückter Shift-Taste kannst du dann wirklich einen Kreis hier hinzufügen. Und das war es schon. Jetzt klicke ich nochmal auf diese Folie und dann könnte ich die entweder duplizieren oder ich sage hier leer. Und dann habe ich eine neue Folie, da sage ich jetzt auch wieder Einfügen, Form, nehmen wir doch mal einen Kreis. Und wenn du jetzt die Shift-Taste nicht gedrückt hältst, dann kannst du hier so einen Kreis und so einen Plattenkreis hier einmal aufmachen. Und dann im Fülleffekt, da sagst du hier so ein Grau irgendwie und Form, Korrektur, Kontur, keine Kontur. Dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt ist es einfach relativ super simpel, wie man das Ganze hier so macht, dass es schön so einen Übergang gibt. Du gehst auf Übergänge und weist der zweiten Folie hier an der Stelle so den Folienübergang Morphen zu. Zack, Morphen und schon ist es gewesen. Du kannst das hier auch verschieben und was auch immer damit machen. Du kannst auch, was sinnig ist, hier auf Übergänge Morphen und dann rechts außen hier Dauer. Das macht bei diesem Ding vielleicht Sinn, auf eine Sekunde zu gehen. Und wenn du dir das hier anguckst, zack, so sieht das Ganze aus. So, jetzt haben wir natürlich jetzt noch weiter. Wenn ich jetzt noch weitergehe hier, das zweite Beispiel war hier das mit dem Kreis, aus dem Kreis wird ein Quadrat. Das kann ich jetzt hier auch machen und zwar, indem ich jetzt hier wieder auf Einfügen gehe, Form und da einen Kreis. Und dann mache ich mal so einen ganz dicken Kreis hier mit gedrückter Shift-Taste einfach mal hier in die Mitte. Das mache ich so einfach mal mittig, fertig. So, und jetzt brauche ich einfach eine weitere Folie und jetzt könnte ich einfach mal diese Folie hier nehmen. Und die könnte ich ja, was weiß ich, duplizieren. Folien duplizieren kannst, indem du auf die Folie klickst und STRG und D drückst und dann hast du die Folie dupliziert. Falls du dich für Tastenkombinationen interessierst, ich habe einen kleinen Messenger-Bot entwickelt, das nennt sich Tastatur-Coach. Und der coacht dich quasi zu Tastenkombinationen, der bringt dir neue bei, fragt die alten ab und so weiter. Falls du daran Interesse hast, ist kostenlos. Den Link findest du hier unten unter dem Video. Kannst du gerne nutzen. Und, äh, aber weiter hier sofort. Und zwar, ich wollte ja ein Quadrat haben. Machen wir das einfach mal. Ich lösche das Ganze hier einfügen und formen. Und dann nehmen wir einfach mal ein Quadrat hier. So, äh, mit gedrückter Shift-Taste ist es tatsächlich wieder ein Quadrat. Und das auch mittig. So, guck mal, da ist es mit den Hilfslinien eine wunderbare Geschichte. So, und dann, äh, dem zweiten, der zweiten Folie müsste ich tatsächlich, äh, auch Übergänge und Morphen hinzufügen. So, nur, du siehst es schon, wenn ich jetzt hier vorschau, dann ist es eigentlich nur eine Überblendung. Das, äh, ist nicht so, hat noch nicht so ganz geklappt, weil zwischen diesen beiden Formen, das Runde und das Eckige, da gibt es für PowerPoint jetzt aktuell zu viel, gibt es keine Gemeinsamkeiten oder zu wenig Gemeinsamkeiten, um das automatisch zu erkennen. Und, äh, da muss ich PowerPoint so ein wenig, ein wenig dabei behilflich sein, zu sagen, dass das und das quasi zusammengehört und dass das gemorpht werden soll. Und wie mache ich das? Ich gehe auf die Folie mit dem Kreis und jetzt musst du hier über Start, über Markieren und dann Ausfallbereich, damit kannst du dir den Ausfallbereich aktivieren, äh, musst du die Namen hier anpassen von den Objekten und zwar die gleich, gleich benennen. Ja, also die müssen gleich heißen, das heißt, da klicke ich einmal drauf und nochmal, wichtig, kein Doppelklick, sondern, äh, zweimal hintereinander klicken. Und jetzt muss ich das Ganze benennen und wichtig ist es hier, dass du das Ganze mit zwei Ausrufezeichen beginnst, den Namen. Und da kann ich jetzt einfach sagen, das ist eine Form, könnte ich was auch immer eingeben, aber ich sage, das ist eine Form. Mit Enter bestätige ich das Ganze, gehe auf die nächste Folie, das Objekt anklicken, hier einmal klicken, äh, nochmal drauf, damit das umbenannt werden kann, zwei Ausrufezeichen, Form, genauso, Enter, dann sind die Dinger quasi umbenannt, beziehungsweise gleich benannt. Und wenn ich jetzt auf Übergänge gehe, auf Vorschau, dann auf einmal, zack, funktioniert das. Das heißt, ab und an muss man den PowerPoint auch mal behilflich sein und sagen, so, die beiden Objekte, diese Dinger gehören. Sonst versucht PowerPoint eigenständig irgendwie Verbindung zwischen Objekten herzustellen, die immer sehr naheliegend sind. Oder findet im schlimmsten Fall keine Verbindung automatisch und dann wird einfach der normale Überblendeffekt quasi genommen, verwendet. Und dann hast du daraus entsprechend nichts gewonnen quasi. So, und jetzt haben wir natürlich den nächsten Effekt, das war ja hier das mit dem Pfeil. Ich gehe auf nochmal eine neue Folie, ich gehe einfügen, formeln und dann sage ich, komm, hier, das ist mein Pfeil. So, der zeigt nach da und genau dasselbe Spielchen auch hier, das Steuerung und D-Duplizieren. Den Pfeil, den verschiebe ich erstmal nach da, dann gehe ich auf Anordnung, drehen und vertikal spiegeln. So, das war es schon. Der letzte Schritt ist hier Einführ, Übergänge, Morphen und Wupp, läuft. Also super schön, super einfach, funktioniert. So, jetzt hole ich mir mal der Einfachheit halber mal aus der PowerPoint hier mal den Text aus dem, aus der ersten PowerPoint hier. Gehen wir mal hier wieder zurück und dann sage ich Start, das leer und dann füge ich jetzt mal hier den Text entsprechend ein. Und jetzt will ich diesen Effekt erreichen, mit diesem Durch, dass die Buchstaben wieder angeordnet, aufgereiht werden, etc. Und das mache ich auch wieder hier, Steuerung und D und habe beide identisch hier drin. Und jetzt nehme ich das einfach mal hier die Leerzeichen fix einmal weg. So, das war nicht so gedacht. So, und dann nimmst du mal hier, ich mache das jetzt mal, ich kürze das mal mit Steuerung und X, lösche ich es hier raus. Hier kopiere ich was raus, dann füge ich das hier hin. Da nehmen wir das mal mit Steuerung und X und Steuerung und V. Also ich vermische hier eine Menge hier durcheinander. So, also das sollte für den Anfang jetzt gereicht haben. Und dann gehe ich jetzt hier auf die zweite Folie. Da ist es noch durcheinander. Hier ist es richtig. Sage Übergänge, Morphen und ja, irgendwie hat es nicht funktioniert. Aber PowerPoint geht jetzt erstmal davon aus, dass es ein Objekt ist. Da siehst du auch, wenn du Morphen anklickst, siehst du hier Effektoption und da steht Objekte. Aber wir wollen ja nicht das Objekt Morphen, sondern wir wollen die Zeichen vertauschen. Und das mache ich über Zeichen und voilà, schon ist es auch wieder fertig. Also das funktioniert auch an der Stelle auch wieder super schön. Und jetzt nochmal, jetzt gehe ich auf Start, jetzt gehe ich auf hier leer. Da fügen wir mal das, jetzt müssen wir hier nochmal, hätte ich auch duplizieren können, aber das nochmal so. Da ist es wieder. Das nächste war Steuerung und D-duplizieren. Das nächste war, dass die Wörter vertauscht waren. Das nehme ich auch wieder hier mit X und hier mit V und das mit X und das hier mit dahinter und was weiß ich. So, X und da. So, ist sie im Prinzip ja komplett egal. So, jetzt gehe ich mal wieder die zweite Folie, sage Übergänge, Morphen und natürlich der Effekt. Hier, Effektoption sind Wörter diesmal und zack, läuft. Passt, passt. Und zu guter Letzt noch einmal hier wiederum der Effekt mit den Farben und das Ganze verschoben. Warte mal, so. Neu, leer, einfügen. So, und hier war es jetzt so, dass ich jetzt hier einmal, das, machen wir den Text rot, bisschen größer und fett. So, hier war die Betonung auf neue, neue Effekt. Und wenn ich das jetzt hier, jetzt dupliziere ich das Ganze wieder und hier sage ich so, haben wir hier Format übertragen, dann kann ich das hier wieder zurück formatieren. Und hier machen wir das Ganze mal ein wenig größer und hier sage ich grün, machen wir doch ein bisschen groß. Zack. So, das heißt, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Sachen und wenn ich auf den zweiten hier Übergänge, Morphen anwende, zack. Also, läuft die ganze Geschichte. Von daher, alles super, wenn du das jetzt hier nochmal anguckst. Das war das Erste. Das war der Zweite. Übrigens hätte ich auch hier die Farbe, hätte ich auch natürlich grün machen können. Und dann wird auch die Farbe gemorft. Und selbstverständlich auch hier, wenn du jetzt hier die Farbe zum Beispiel jetzt rot machen würdest. Dann wird auch hier die Farbe gemorft. Also, super, super schöne Effekte hier. Da ist es. Und da werden Buchstaben sortiert. Also, du hast es ja gesehen. Es ist ja jetzt, es wiederholt sich ja nur. Ich finde das super, super genial und damit kann man sehr schön, sehr abwechslungsreiche und sehr eindrucksvolle Präsentationen erstellen, die den Zuschauer immer am Leben, immer die Aufmerksamkeit hochhalten, weil man das vom PowerPoint nicht zwangsläufig nicht unbedingt so erwarten würde. Deswegen, ich wünsche dir viel Spaß, damit viel Erfolg und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschö.